hallöchen echter patientenfall heute ja kriege ich von schokolade pickel rührt sozusagen schokolade die haut auf also ich bin die rose fröhlich eure ernährungs tante denkt dran fluss weg aber abschließend je nachdem wo ihr mich seht also echte patientenfrage relativ junges mädchen kam in die praxis mit tatsächlich der fragestellung wie kann sie ihre ernährung ändern in dem zusammenhang dass sie unheimlich viele pickel hatte da ich selber diese problematik kenne und wir in der familie sozusagen auch das thema kennen dass die schokolade tatsächlich entzündungsprozesse befördern kann das bedeutet nicht dass jede schokolade und jeder überhaupt jetzt reaktion auf schokolade hat aber es gibt bestimmte sorten an schokolade die den blutzucker erhöhen also wenn gerade dann wenn ich einen höheren zuckeranteil höheren fettanteil drin habe manchmal sind ja auch andere stoffe eventuell wie eiweißpulver ein ähnliches drin oder milchzucker zusätzlich oder ersatz zucker sorten und es ist ja nicht so richtig bewiesen man kann es nur für sich selber ausprobieren ich selber reagiere sozusagen immer auf die ich sag mal ziemlich einfache schokolade wenn ich jetzt etwas höheren kakao anteil habe wenn ich zu viel schokolade esse dann reagiert meine haut auch jedes mal und dann kriege ich pickel das heißt ich selber habe auch gelernt als schokolade wegzulassen das ist natürlich nicht immer so einfach und sicherlich gelingt das auch nicht mir zu 100 prozent das macht meine tochter viel besser die ist das straight lässt das weg und ich kann es euch nur empfehlen probiert es wirklich aus wenn ihr die problematik habt dass irgendwann der heißhunger auf schokolade kommt dann bitte immer gucken und das hat mir auch gut geholfen und es ist wirklich auch in der praxis immer wieder super schaut habt ihr vorher lange zeit nichts gegessen haben weil schokolade oder süßes natürlich auch chips und ähnliches führt immer dazu dass wir heißhunger kriegen und deshalb schnell verfügbare kohlenhydrate für das gehirn brauchen und der hintergrund von zucker ist der hintergrund von schokolade oder süßen oder chips natürlich auch alles andere gummitärchen oder so ist immer dann wenn wir lange nichts gegessen haben und dann kriegen wir heißhunger und der körper holt die energie nach und da wir ja manchmal zu faul sind dann irgendwas zu essen zu machen ist es so dass wir dann schneller auf schokolade zurückgreifen und die wirklich ganz schnell haut geschichten macht wäre natürlich auch so eine tendenz hat kratzen pulen öffnen macht natürlich immer bakterien rein und dann wird die problematik ja häufig noch größer also denkt daran was anderes zu essen ihr könnt ja mal gucken ob ihr vielleicht obst einbaut also ihr braucht etwas was den blutzucker erhöht schaut dass ihr lange nüchtern phasen im laufe des tages durchbrecht damit ihr an der stelle einfach richtig essen habt ihr könnten zweite warme mahlzeit auch gerne essen wenn das immer am abend passiert ihr könnt brot mit belag einbauen wenn es süß sein soll man kann wer mag eiweißquelle frischkäse quark drauf marmelade etwas honig drauf also mir hat es immer geholfen wenn es ein bisschen was süßes ist dann kann man natürlich quark joghurt obst kombinieren natürlich geht auch mal fertig joghurt der ist ja immer häufig besser wenn ihr ihn vertrag gerade was die haut eventuell angeht wenn es um die schokolade geht wenn jemand auf die milchprodukte reagiert was bei milch und tatsächlich nicht immer bei joghurt aber bei klassischer kuhmilch passieren kann die macht auch sehr gerne hautentzündung von daher probiert es einfach mal aus wie ihr reagiert wenn ihr das gefühl habt dass es die schokolade mal weglassen und baut was anderes ein also denkt dran plus weg aber abschließend ihr wisst alle wie das funktioniert auf den kanälen ich freue mich auf euch stellt mir gerne eure fragen vielleicht auch eine idee zum nächsten thema ja habt einen schönen tag ihr lieben eure sandra